Sobald du deine Ziele festgelegt und die Grundsätze des Vergütungsplans verstanden hast, ist es an der Zeit, dein Wissen in die Tat umzusetzen. Für einen erfolgreichen Start solltest du selbst dein bester Kunde werden. Wenn du dich persönlich von den Vorzügen eines Produkts überzeugst, dann ist es einfacher, es anderen selbstbewusst und mit Leidenschaft zu empfehlen. Versuche, jeder deiner eigenen Bestellungen ein neues Produkt hinzuzufügen, um nach und nach alle kennenzulernen. Dein eigener bester Kunde zu sein, wirkt glaubwürdig und vermittelt, dass du dich sehr gut auskennst. Es hilft dir, deine persönlichen Case-Credit-Anforderungen zu erfüllen, um aktiv zu bleiben. Jeden Monat mit 4CC aktiv zu sein, bedeutet, ein stabiles und profitables Geschäft aufzubauen. Du benötigst mindestens einen Case-Credit für Produkte, die für den persönlichen Gebrauch sind oder für Endkundenverkäufe. Nimm dir die Zeit, über die Produkte zu lesen oder Produktschulungen anzusehen, um dich über die wichtigsten Inhaltsstoffe und Vorteile zu informieren. Sobald du dich sicher fühlst, über die Vorzüge deiner Lieblingsprodukte zu sprechen, ist es an der Zeit, diese mit anderen zu teilen. Viele Top-Führungskräfte empfehlen, einen Kundenstamm von etwa 20 bis 30 Kunden aufzubauen, die regelmäßig nachbestellen. Eine dauerhafte Kundenbeziehung bedeutet, die Bedürfnisse des Kunden hinsichtlich Wohlbefinden und Wellness zu verstehen und Produkte zu empfehlen, die ihn beim Erreichen seiner Ziele unterstützen. Diese Kunden können Freunde oder Familienmitglieder sein oder Menschen, die du noch gar nicht kennst. Du kannst direkt über Social Media oder durch Networking Kontakte zu den Menschen aufbauen, zum Beispiel, indem du dich mit einem Freund zum Mittagessen triffst, mit Kollegen im Büro plauderst oder im Fitnessstudio Smalltalk machst. Lade Freunde, Familienmitglieder, Kollegen und Nachbarn zu dir nach Hause ein, um ein neues Produkt und ein neues Geschäft vorzustellen. So können sie die Produkte in entspannter Atmosphäre testen. Ein Sponsor kann dich mit einer 45- bis 60-minütigen Präsentation unterstützen, die jede der wichtigsten Produktkategorien von Forever kurz vorstellt und auch auf die Forever-Geschäftschance eingeht. Wann ist der beste Zeitpunkt für eine Produktvorstellung? Nun, wann immer du willst und so bald wie möglich. Deine Produktpräsentation wird nicht nur zu Bestellungen von Endkunden führen, sondern kann auch das Interesse am Geschäft wecken und zur Folge haben, dass du neue Geschäftspräsentationen planst oder sogar jemanden sponsern willst, der neu im Geschäft ist. Die Produkte sind das Herzstück eines starken und stabilen Geschäfts. Sobald du eine Stammkundenbasis entwickelt hast, wird es sowohl einfach mit 4CC aktiv zu sein, als auch anderen dabei zu helfen, die Möglichkeiten der Forever-Geschäftschance zu erkennen.